Die Leistungselektronik muss das können, dass sie dort hier Notstrom zur Verfügung stellt. Und dann muss man sich halt darüber Gedanken machen, wie groß die Leistung denn ist, die dort der Wechselrichter bzw. die Batterie zur Verfügung stellen kann. So, moin liebe Leute, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Hier geht es ja um Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Und wenn euch solche Themen interessieren, dann gerne ein Abo dalassen. Ich wollte heute in diesem Thema mal über Notstrom sprechen und ob ich das überhaupt brauche und was das eigentlich ist. Und weil es da viele Verwechslungen gibt und ob man das überhaupt mal braucht oder nicht. Darüber wollen wir heute mal sprechen und was ist meine Meinung dazu. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt bzw. was ihr vielleicht auch schon habt. Ich habe jetzt nämlich ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe eine Solaranlage und einen Speicher, aber jetzt möchte ich gerne Notstrom haben. Und jetzt habe ich gemerkt, mein Wechselrichter kann das nicht bzw. mein Speicher kann das nicht. Was kann ich denn jetzt machen? Also man kann einen Notstromspeicher nachrüsten und muss dann halt ein bisschen die Anlage umbauen. Aber das geht prinzipiell, geht das. Es ist halt nur ein bisschen Aufwand und man muss halt gucken, ist ein Aufwand und Ertrag auch im Verhältnis. Also sprechen wir mal darüber, brauchst du Notstrom bei einem Speicher und was ist das eigentlich? Also es gibt ganz viele verschiedene Notstromarten. Also einmal den, da habe ich auch schon Videos drüber gemacht, einmal den Notstrom, der einfach nur aus einer Steckdose kommt, wo man dann einfach in einer Steckdose noch Strom hat, solange bis der Speicher halt noch Strom liefern kann. Und dann gibt es auch noch etwas höherwertigen Notstrom, dass man sagt, okay, die PV-Anlage kann hier Strom liefern und der Speicher kann Strom liefern. In Kombination mit dem Wechselrichter kann dann der Speicher auch ein Netz aufbauen. Das heißt, das kann ein eigenes Inselnetz betrieben werden, wo dann auch der Speicher dann das ganze Haus mit dem Wechselrichter zusammen versorgen kann. Entweder nur aus dem Speicher oder halt auch nur aus der PV-Anlage oder dann halt auch aus beidem, je nachdem, was dann halt auch zur Verfügung steht. Das ist dann so die Königsdisziplin von dem Notstrom. Und dann gibt es natürlich noch dieses Thema, wenn komplett Stromausfall ist und die Batterie ist leer, dann hat man natürlich keinen Strom mehr, wenn dann auch nicht die Sonne scheint. Und dann, ob der Speicher dann halt schwarzstartfähig ist. Das heißt, wenn die Solaranlage anfängt, Strom zu produzieren, dass dann der Wechselrichter in der Lage ist, ein eigenes Inselnetz damit aufzubauen und dann wieder alles in Gang zu setzen. Oder auch, dass der Speicher halt so nachladbar ist. Haben auch einige nicht dabei, die sagen dann, sie haben Notstrom, können auch Strom liefern, bis die Batterie alle ist. Aber der kann dann nicht über den Tag einfach nachgeladen werden, wenn halt kein Netz da ist. Und das ist dann auch immer sehr schade. Worüber ihr euch Gedanken machen solltet bei Notstrom, also vorab, also kann ich jetzt schon mal so sagen, eigentlich braucht man eine Notstromlösung nicht unbedingt in Deutschland. Wir haben sehr sichere Netze. Trotzdem muss man sagen, pro Haushalt, also 16 Millionen Haushalte, haben wir im Schnitt 13 Minuten, also pro Haushalt, im Durchschnitt, im Netzausfall im Jahr. Jetzt kommen auch ganz viele wieder mit Blackout und es wird mehr, es wird mehr, es wird mehr. Nein, es wird seit Jahren weniger. Ich habe auch schon zu Blackout, zu dem Thema viele Videos gedreht, auch mit dem Volker Quaschning. Die erneuerbaren Energien führen eigentlich dazu, dass Netze stabiler werden. Wenn es dann zu solchen Schwankungen kommt, liegt das meistens an anderen Dingen als den erneuerbaren Energien, weil da irgendwo eine Trafostation ausfällt oder ein großes Kraftwerk ausfällt. Das kann man nämlich nicht so schnell kompensieren. Und bei den erneuerbaren Energien, vor allem bei Solar und auch bei Wind, da kann man die eigentlich relativ gut und sehr schnell regeln. Das heißt, Solaranlagen kann man runterregeln, Windkrafträder kann man runterregeln. Also die sind eigentlich sehr flexibel, ganz jetzt aber nicht über das Thema Dunkelflaut und so diskutieren, aber eigentlich sind erneuerbare Energien sehr gut für die Stabilisierung der Netze geeignet. Also wir haben das, dass wir einen Notstrom nicht unbedingt brauchen, aber es ist natürlich nett, wenn wir es haben. Viele denken, ich habe eine Batterie im Keller und dann habe ich auch Notstrom, wenn der Strom ausfällt. Ist aber leider nicht so. Liegt halt immer an der Leistungselektronik, die bei diesem Speicher dabei ist. Entweder das ist ein separater Wechselrichter, wo dann Batterie extra ist, oder es ist ein Komplettpaket, wo dann Batterie und Wechselrichter in einem Gehäuse sind. Und der Wechselrichter muss das halt können, die Leistungselektronik muss das können, dass sie dort hier Notstrom zur Verfügung stellt. Und dann muss man sich halt darüber Gedanken machen, wie groß die Leistung denn ist, die dort der Wechselrichter bzw. die Batterie zur Verfügung stellen kann. Wenn ihr einen Notstrom haben möchtet, dann sollte natürlich die Leistung dann auch ausreichen, um euch im Notstromfall zu versorgen. Das muss jetzt nicht eine riesige Leistung sein. Das reicht vollkommen aus, wenn das irgendwie 3, 4, 5 kW sind. Und wenn man ein bisschen mehr Puffer haben möchte, dann vielleicht 10 kW. 10 kW Leistung, also ist schon fast eine Wallbox. 11 kW ist eine Wallbox, wenn die mit voller Pulle lädt. Aber da muss man sich Gedanken drüber machen. Man muss ja auch nicht den kompletten Komfort genießen, wenn jetzt plötzlich mal der Strom ausfällt. Das heißt, mit 3 oder 4 kW, 5 kW kommt man in der Regel schon ganz gut hin, um sein Haus zu versorgen. Man muss auch nicht das ganze Haus dann versorgen, sondern man kann auch einzelne Teile nur versorgen, dass man halt, wenn man einen Notstromabgang hat, jetzt zum Beispiel bei diesem Fennikon Home, dass dann halt dieser Teil im Haus halt versorgt wird, aber nicht alles. Also zum Beispiel dann halt die Wallbox nicht unbedingt oder der Pool draußen, dass der dann auch mit dem Notstrom läuft. Das ist ja Quatsch, das brauche ich nicht unbedingt und dann reichen in der Regel auch diese 4 bis 5, 6, 7 kW, die man dann da hat. Darunter wird es dann kritisch, so eine Herdplatte macht 2 kW, wenn ich dann mal eine Herdplatte anmachen möchte, weil ich mir doch ein Süppchen kochen will, weil es irgendwie kalt ist und Winter und kann dann halt nicht noch zwei Herdplatten anmachen mit 4 kW, dann habe ich schon ein Problem. Dann ist es 2,7 kW oder so ist dann schon ein bisschen wenig. Also ihr könnt das ganze Haus versorgen, ihr könnt einen Teil des Hauses versorgen, aber ihr müsst halt schauen, dass ihr dann vielleicht nicht alles anmacht, wenn ihr dann in einem Notstrominselbetrieb seid. Es gibt auch viele Wechselrichter, die gar nicht für diesen Notstromfall ausgelegt sind, in der dauerhaften Insel zu laufen. Die sollten sich dann auch wieder synchron schalten, wenn das Netz dann wieder da ist. Das sind die meisten Wechselrichter, die sind dafür ausgelegt, dass sie netzparallel laufen, das heißt mit der Netzfrequenz laufen und da dann halt auch gut sind und effizient sind. Und wenn das Netz weg ist, dann bilden sie eine eigene Frequenz und können dann halt diesen Notstrom bilden, aber halt nicht auf Dauer. Da gibt es eigentlich nur den Carco Blue Planet, der das kann, der wirklich für einen Inselbetrieb auch damals gebaut wurde. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier ganz gut mal so einen Einblick geben, was Notstrom ist oder ob ihr Notstrom braucht. Also grundsätzlich braucht ihr keine Notstrommöglichkeit bei einem Wechselrichter und bei einem Speicher. Es ist halt schön, wenn man es hat. Das ist genauso wie ein Tempomat auf Autobahn. Also man braucht es nicht unbedingt, aber es ist halt nett, wenn man es hat und wenn man dann einen Stromausfall hat, dass man dann einfach nicht im Dunkeln sitzt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich sage mal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin, euer Felix. Ciao, ciao.